Hey Freunde, herzlich willkommen hier zurück bei Clouds of Darkness mit... Wie sind Sie... Wie sind Sie froh? Hallo? Ich habe da was im Bild. Was ist da los? Möchtest du vielleicht herkommen mal? Was ist da los? Was ist da los? Ich wollte eigentlich noch was anderes draufschreiben, aber ich konnte nicht mehr zurücknehmen. Bauerfischi? Bauerfischi am Start, wollte ich eigentlich schreiben, aber am Start konnte ich nicht mehr draufdrücken. Ah, ja. So, warte mal, wenn ich hier F7 drücke. Ach, hier spawnt ja nichts, weil hier Slabs sind. Sehr gut. Einmal hier was, Dunkel. Ähm, Jolle. Wir haben Pläne. Wir wollen Sachen machen. Ich habe so einen Hunger, dass ich fast sterbe, deswegen muss ich jetzt hier eins der letzten Sandwiches essen. Nein, und ich? Du kannst ja auch noch eins essen. Echt? Haben wir noch eins? Ach, siehst du, hier wollten wir eigentlich, wir brauchen noch einen Ofen. Mach ich gleich einen. Ähm, genau. Also es gehört auch zu unseren Plänen, dass wir jetzt hier so ein bisschen Gold vergolden. Oh! Da ist hier irgendwie einer runtergefallen. Ähm, ja, das Gold, ihr hattet ja gesagt, wir sollen die Treublöcke umwandeln. Wir brauchen später für diese Regent Dark Bowls, hast du auch schon gesagt, ähm, auch Gold Nuggets. Also wenn wir uns das jetzt so schön aufteilen, dann hole ich mal diese Treublöcke, ne? Ich, ich würde tatsächlich erst mal, äh, die, die Regent Bowls machen. Alter. Wir müssen, glaube ich, die Baum, die Baumsache woanders machen. Hey, wenn ich hänge. Oh Gott. Nicht hängen, Jorle, nicht hängen. Lieber, lieber immer laufen als hängen. Ich nehme einfach mal sieben Stück mit, so, komm. Was soll's? Was machst du? Ich hab jetzt Treublöcke geholt. Okay. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Au! Nein, jetzt lass mal den Baum hier weg. Ich hab den extra weggebaut. Ach so. So, den noch weg. Holz kann man ja immer gebrauchen. Und da wir ja jetzt, ähm, die ganzen Sachen schon haben, diese Aure, können wir mal gucken, wegen Werkzeugen, jetzt demnächst. Ich mach das mal. Ich hab jetzt auch elf Gravel gekommen. Ich, ich hau das mir nochmal hier durch. Elf Stück, das wird, es rennt, es läuft. Und wir haben jetzt gleich zehn Gold, übrigens. Ähm, lass mich mal gucken. Und das hier noch weg. Ähm, ich wollte noch einen Ofen machen. Das wird dann der Essensofen. Ach, okay. Wo machen wir die Küche? Ja, wir haben irgendwie... Du musst das hier eh schicker machen. Das sieht alles noch so so... Sieht alles kacke aus. Allein, dass diese Kiste hier steht, das geht mir so auf den Sack. Dass die nicht so längst steht, dann wird das ja so ein bisschen besser aussehen noch. Wie viel kostet denn deine Doll? Der, der Dolly kostet leider ziemlich viel Eisen. Ach, das geht doch. Ähm... Wollen wir den machen? Fünf. Guck mal, wie viel Eisen haben wir? Den kann man immer gebrauchen. Oh, Füchi, guck mal, was wir alles an Hyrule haben. Komm. Wo denn? Warte, ich hau das kurz durch. Ach, du hast es schon rausgenommen. Okay. Hey, wir haben übrigens 53 von den Stone Pellets. Es ist auch eine Quest, diese Pellets abzugeben. Aber da brauchen wir 128 von. Ähm, ich hab da schon versucht, die gerade zu sammeln. Ich glaube, in einer der Kisten ist da auch noch mehr drin. Aber können wir dann abgeben, ja? Ähm... Knochen. Ja, da hinten ist die Partygie schon am Gange. Knochen ist ein Thema. Wie sagst du so schön? Ein Problem in der heutigen Gesellschaft. Ja, es ist ein... Es ist ein... Ja, aber... Naja, gut. Es ist eher ein Thema als ein Problem in der heutigen Gesellschaft. Ähm... Ach so. Das ist aber eigentlich gar nicht so schlimm. Aua! Also, der Iron, das... Fische, geht's doch? Pfff! Also, der Iron, das sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Eigentlich wie Sand. Dann hat der wahrscheinlich noch keine Textur. Alter, den will ich nicht auf mich schießen! Oh, ich hab echt Leben verloren, hart, ne? Ja, dann komm schlafen jetzt hier. Ach, du brennst hier, Iron. Sehr gut. Wir gehen pennen, ne? Wir gehen pennen. Das sieht ja lustig aus. Du hast halt zwar eine Decke über dir, aber deine Rüstung guckt halt aus der Decke noch raus. Oh Mann, ey. Brennet! Powered, bla... Iron? Iron Ohren haben wir hier? Ich hab gehört, dass... Dass wir die Küche aus Kobbel machen. Haben wir das? Ich hab das gehört, irgendwo. Dass das ja plan ist. Ich habe etwas getan. Was denn? Wir machen nur einen. Einen Träubler. Komm her. Wirst du? Ja, ich komme. Warte. So. Hau ihn kaputt. Wie hast du da jetzt das Gold reingemacht? Ich hab's einmal ummantelt. Frag nicht weiter. What? Du hast da neun, acht Stück reingetan? Wir haben ja noch Gold. Wir haben doch Gold. Und, was war's? Lucky Potion. Strength 3, Instant Health, Jump Boost, Resistance, Fire Resistance, Water Breathing, Health Boost, Asorption, When Applied, Plus 4 Health, also Max Health und 390% Attack Damage. Alter. Äh, was hast du? Ich dachte, du hast aber nur ne Potion bekommen, ne? Hier. Die ist richtig, die ist, die ist richtig stark. Die ist auch viel zu übertrieben. Die brauchen wir so gar nicht. Heftig. Aber irgendwie hat sich das nicht gelohnt, ne? Ich hätte eher auf... Nö, überhaupt nicht. Ich hätte eher auf... Überhaupt nicht. Schrei mich nicht an. 35 Millionen Gold einfach da rein. Du bist wie Berlin. Du bist wie Berlin. Lass uns doch zwei Spaßbäder finanzieren. Lass uns doch einfach mal. Wieso nicht? Aber wollen wir nicht nur eins? Nein, wir machen gleich zwei. Oh Mann, schön. Eieiei. Okay. Aber das sollte... Ja, also pass mal auf. Mein... Ja, was... Für die Quest, für die Quest hat man... Oh ne, der hat das nicht... Ach ne, Lead Oral und sowas ist das. Okay, alles gut, alles gut. Nickel. Äh... Silver. Baumal. Hm. Osmio. Das ist so blöd, dass das hier immer jetzt alles mit... Ähm, mit Slaps ist. Also ich versuch mal, diese andere Quest jetzt hier zu machen. Wupp. Mach es. Okay. Ähm... Das hier. Und das hier. Äh, das, da, 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 da. Oh Gott. Man ist manchmal so ein bisschen vertieft, ne, in die Arbeit dann. Ich bin total vertieft. Ich mach hier grad die Küche. Boah. Krass, ne? Ja. Find ich jetzt auch gut. Wenn ich dich nicht hätte, Fischi. Dann wüsstest du auch nicht mehr. Dann würde ich hier voll verhungern. Haben wir noch Kisten über? Ne, geh weg, ich muss das Zeug einsammeln. Ich hab nichts gemacht. Keine Kisten über. Und die baut man ja jetzt anders, was ich ganz toll finde. Oh, Tin hat sich, also Tin haben wir schon mal abgegeben. Nickel. Das da. Ich muss noch mehr, mehr Silvende. Das reicht nicht. Haben wir jetzt schon, haben wir jetzt Iron, soll ich das Iron jetzt dafür benutzen? Für die... Ja, für die, für die, für den Dolly. Ja, mach, ist okay. Wir haben ja eigentlich genug. Möchtest du das Gold haben, bevor ich es, ähm, wie, wie Berliner-Like ausgebe? Bitte. Nein, ich will ja hauptsächlich so, oh, guck mal, guck mal, oh, guck mal, oh, endlich, die Kiste, oh, oh. Das sieht ja, boah, Mann, Fischi, das sind unsere Nachtständer hier irgendwie. Guck mal, ich hab hier... Hast du gerade Nachtständer gesagt? Naja, Nachttischchen, Ständer, Dingsbums. Ich, ich brabbel manchmal ziemlich viel wirres Zeug. Dann brauchen wir hier natürlich... Fischi, was mach ich denn jetzt? Eine Workbench. So, Fräulein. Alles, was mit Essen zu tun hat, bitte jetzt hier reintun. Hier hinten, für die kleine Kochnische. Hier, ich brate mal dir ein Apfel, Mensch. Ach, Fischi! Nein! Unfassbar. Fischi! Dolly ist jetzt auch draufgegangen. Äh, wieso hat denn Shift nicht funktioniert, verdammte Scheiße? Ich, ach, weil ich auf der Kiste stand, oder was? Ich glaube, du standst auf der Kiste, ja. Und dann geht das nicht, warte mal. Nee, dann geht das nicht. Oh, ich kotze. Oh, Fischi. Oh, ich kotze! Äh, nein! Alles hat er verloren jetzt. Ich hatte, ich hatte, hatte ich noch irgendwelche krassen, wichtigen Sachen dabei? Dolly, Dolly, Knoppy. Knop, Knoppy. Oh Gott. Oh, ich kotze! Und weg, ich kotze! Oh mein Gott! Und zwei Gold, die du ... Die ich drauf aufpasse. Die Gold! Nein! Oh! Aber ich finde ... Aber das war so wirklich ... Ich finde, das macht auch so ein bisschen ... Die Leute schreien einen ja manchmal an, ne? Du, das ... Mach so ein bisschen den Reiz aus von so einem Skyblock-Shit. Man muss auch mal irgendwo runterfallen. Ich ärgere mich jetzt natürlich schon ein bisschen. Das sah auch so cool aus bei mir. Du bist ja so ... Das war so völlig unspektakulär. Und dann bist du dann da runtergesegelt. Ich fände das nicht lustig. Ich aber. Doch. Und ich bin ja auch nicht böse. Vielleicht schon, aber ... Ich fange mal von vorne an. Ich hole mir Holz. Pass mal auf, ich mache uns jetzt gleich mal Werkzeug. Wenn du vielleicht ... Oh, Mann, ey. Das kann doch nicht sein. Als er die Küche baute. Als. Ja, ja. Aber ich kann es ja jetzt, glaube ich, sagen, weil es ist ja, nachdem die Folge ausgestrahlt ist, ähm ... Es ist nicht so schlimm wie bei ... Crash Landing damals. Ich weiß nicht, ob sich jemand daran erinnert. Oh. Wunden Pickaxe. Wieso habe ich eigentlich noch so einen Schrott bei? Wunden Pickaxe? Ich lasse dich frei. Hier. Geh raus in die Welt. Ey, da hatte ich gerade den Dolly und alles. Oh, nur weil ich es hübsch machen wollte. Ja, und das Gold auch. Du bist genauso verschleuderisch, verschwenderisch wie ich. Es tut mir wahnsinnig leid. Eigentlich wollte ich ja Knochenmehl holen, damit wir es, damit wir Weed haben, damit wir Gold und Weed und so verbinden können. Ja, ja. Damit wir endlich ... Ach, diese Stoneplay, das wäre nie fertig hier, ne? Bäh. Was mache ich uns denn für Werkzeuge? Was hält ihr denn der Herr gerne? Na, ich brauche eine Pickaxe und eine Axt. Ja, aus welchem Material wollen wir es machen, ist die Frage. Ich kenne dieses Osmium zum Beispiel gar nicht. Osmium ist, glaube ich, für was anderes. Copper ist besser als Eisen, ne? Die Copper-Werkzeuge? Nö. Ach so, Werkzeug. Ja, das glaube ich ja. Ich glaube, Copper ist krass. Ich glaube, Copper geht. Ich glaube, vor allem eine Copper-Pickaxe baut krasse Sachen ab, im Gegensatz zu einer Eisen-Pickaxe. Ja, ich mache Copper-Werkzeuge. Werkzeuge. Ich würde dir helfen, aber ich kann nicht. Ist okay, mach mal. Ich freue mich schon, wenn du ... Hast du irgendwas für mich? Irgendwas aus Stein zumindest. Ach ja, hier. Das kannst du haben. Hier, Crook-Bar. Anfangs-Werkzeug. Crook brauche ich nicht. Nimm's jetzt! Ich will keine Crook! Okay, und vielleicht, hast du vielleicht eine Pickaxe oder ... Nee, aber ich mache uns die jetzt. Oh, cool. Das, guck mal, so viel Copper haben wir. Das sollte ja reichen. Ich bin so gespannt. Jetzt bringt die Küche auch nichts mehr. Ach, Mann. Aber ich kann die leider nicht mit Auto-Repair oder sowas versehen, ne? Nee, das geht noch nicht. Wir haben hier schon zwei Ender-Packen übrigens, ne? Ah, fuck. Jetzt habe ich auch kein fucking Quest-Buch mehr. Aber hier ist noch eins drin. Sehr gut. Ja, und der Einzige ist noch. So, die Quest-Buch. Ja, ich meine, wenn wir ein Quest-Buch verlieren, schieben wir uns das rein. Was? Ja, klar. Hast du das jetzt hier so öffentlich gesagt? Ja, klar. Na klar. Also, ja, ein Quest-Buch, das braucht man. Nickel, tin, silver, lead. Ey, eine Quest ist einfach nur eine Eisenrüstung, eine komplette Machen. Ja, aber wo denn? Rechts über dem Silver, das Diamantschwert. Und was ist das hier eigentlich? Das könnte man überlegen, ne? By combining two Gravel and one Charcoal, we have discovered something that we call Graphite. By Gravel und ein Charcoal? Das kriegen wir doch locker hin. Was ist denn eigentlich mit dem Autonomous Activator? Ja, der ist, glaube ich, teuer, oder? Willst du noch mal nachgucken, kurz? Wir brauchen eine Tin-Box für den? Also eine Strong-Box. Strong wird mit Chest und Tin gemacht. Au. Dauert noch ein bisschen, bis wir das hinkriegen. Tin? Na doch, ein bisschen haben wir. Das habe ich auch schon abgegeben, warte. Aber dann mache ich die Werkzeuge, ich sage es dir. Zweimal neun ist 18? Ja. Und einmal neun ist neun, ne? Ab wem? Einmal die neun ist neun, ja. Ich rechne, ich rechne. Cool. Ich mache mal jetzt, ich mache mal, ich mache mal eine Quest, ne? Okay, okay? Mach mal. Ich mache eine Quest, okay? Mach eine Quest. Ich habe die gleich fertig. Ich habe die gleich fertig. Ich brauche noch einen Hammer. Hast du einen Hammer? Oh, es regnet. Ja, warte hier, hast du. Einen Hammer willst du haben? Hier, baue. Ich brauche einen Hammer. Da, nimm. Yeah. Jetzt zieht er mir die ganzen Werkzeuge aus der Tasche. Blutmund. Der Blutmund. Der Blutmund ist unterwegs. Er wird uns aufessen. Blutmund. Mit seinem Blutmund. Ja. In seinen Blutmagen. Oh Mann. Und dann scheißt er uns aus. Aus seinem Blutmagen. Was? Aus seinem Blutarsch, natürlich. Na ja. Du scheißt es auf dem Magen? Na ja, indirekt schon. Hast du ja recht. Ja. Ich höre immer nur mit einem halben Ohr zu, weil ich hier Sachen machen muss. Ist doch richtig. Du solltest mehr Sachen machen. Hast du Fackeln? Ich habe meine verloren. Ja, komm her. Ich habe ja noch mehr für dich hier in dem Button. Oh ja. Danke. Was willst du noch? Willst du immer auch mein Hemd haben? Meine Hose? Bin ich schlecht eigentlich, ja? Ja, ne? So. Ist Roggenbox. Geht so. Pass auf. Tak, 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 tak. Woop. Äh, äh. Kuh hier irgendwie. Kuh hier, äh. Ja. Redest du mit mir? Nö, ich habe, nö. Huch, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Okay, Lady. Jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf. Katsching. Oder was? Quest gelöst. Ah, okay. Okay, was hast du gemacht? Und zwar, die unter der Broken Ore Quest. What is this? Grafit? Ach, das hast du durch... Hast du... Ja, ja, genau. Muss man ja nur durchrauschen lassen. Nee, muss man nichts durchrauchen lassen. Dann muss man Gravel und Charcoal verbinden. Hey! Ich habe was. Hör. Alter. Oh, 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 oh. Wo ist er? Was ist mit dem? Warum stupt der denn? Vielleicht, weil er in... In snaps spawned. Ah, der macht mich total fertig. Ey, das geht einem voll offen. Alter! Alter! Epilepsie! Ah! Hä? Hä? Ah, nee, ich glaube, der... Ich glaube, der Regen hat ihn verletzt. Ja, ich glaube... Der Blutmondregen. Wo ist denn der jetzt gerade, der Blutmond? Da! Er ist tot. Achso. Er ist tot, Jim? Ja, ich habe übrigens was bekommen. Was denn? Ja. Okay. Was ist das denn? Oh! Ja, den brauchen wir doch. Oh, oh. Damit könnten wir... Auch technisch Sachen machen. Aber ich kenne mich da nicht aus. Aber das müssen wir bitte nicht hier machen. Ich gebe das mal wieder. Ich habe eine Music Disc bekommen. Weißt du noch, in der ersten Run, in der ersten Season, haben wir eine Jukebox bekommen. Ja, ich weiß. Und jetzt haben wir die dazugehörige Platte. Ich packe die hier hin. Was ist denn hier drin? Flintshard? Okay. Ich mache mal... Die Sküte, die war ja... Ja, die war ganz gut. Die machen wir auch. Was war ganz gut? Pickaxe. Warte, ich mache gerade mal hier den Tinkersquatsch. Also, wenn ich mit mir selbst rede, dann ist das normal. Wir können jetzt nicht schlafen, ne? Wegen Blutmond. Scheiße. Nee, können wir nicht Schaufel können wir auch machen. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, das reicht schon. Warte mal hier. Du könntest... Ich glaube, ich habe gerade die falschen Aura gemacht. Ich brauche Lead, oder? Lead? Lead. 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 Sorry. Ich... Also, ich arbeite an dem Autonomous Activator. Oh, krass. Kann ich da irgendwie helfen? Achso, nee. Tin habe ich richtig gemacht. Ich mache gerade diese Strongbox. Wo habe ich die? Wo ist denn jetzt die scheiß Box? What the? Nochmal. Zack. Ich glaube, es ist schlau, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen abbaue, oder? Warte mal. Also. Ähm. Wir wollen... Wir wollen... Wir... Achso. Wir wollen ja gar nicht questen. Wir wollen eine... Auto... Ich habe schon diese Strongbox. Ja, ich will nur gucken... Wo ist denn das Ding? Da. Äh, du hast die Strongbox. Das heißt, ich könnte ein Piston machen. Beziehungsweise... Itemfilter? What the shit. Das ist ja voll teuer. Sag mal, du, wie ist denn das mit dem Copper? Wie kriege ich denn das jetzt in die Form? Also, du weißt, ne? Ich habe jetzt hier... Welche Form? Ich kann das hier nicht an dem... An der Tool Station machen. Ach du Scheiße. Mit... Guck mal, ich packe was rein, ne? Ja. Mit dem Copper oder... Ach nee, hier oben ist der das. Nee, auch nicht. Oh shit. What the... Reichen 10 müssten ja, ne? Einer reicht. Fuck. Das muss man halt mit einem machen können, aber... Wie? Wieso sieht der Copper hier eigentlich so hell aus? Normalerweise ist er auch dunkler. Ja, ist ein bisschen dunkler. Ähm... Das heißt, wir brauchen eine Smaltry, oder? Was? Ja, ich weiß jetzt nicht. Sehe ich das richtig? Außer wir machen es wieder falsch. Das kann auch sein. Oh nein. Aber haben wir eigentlich... Haben wir eigentlich Redstone? Ähm... Weiß ich nicht. Nee, normales Werkzeug geht mit den Orbs auch nicht mehr. Oh, ah. Copper. Redstone kommt aus Dust, übrigens. Dann müssen wir Dust-Ziffen. Ah. Okay, also ich hole jetzt schon mal eine Menge Gravel hier raus. Mach das. Und dann läuft die Folge auch schon zu Ende. Copper, Copper. Ich versuch das mal hier zu ordnen, ne? Der Herr. Ja, du ordnest. Ich, äh, mach hier noch weiter Gravel holen und daraus später das machen. Und, äh, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wach? Ja, würde ich auch sagen, ne? Denn... Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Tuckt euch in den Kommentaren aus, was wir alles falsch machen und so. Und, äh, wir lesen das dann und, äh, freuen uns. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.